Hast du auch diese gelbe Markierung unter... Ja, ja, wo wir auch. Das nervt. Ich hab einen gekillt. Oh, oh, oh! Oh, das war ein Lackhannung. Oh, oh. Oh, nee, du bist das, mein Gott. Die kommen jetzt alle. Oh, Gott, oh mein Gott, komm jetzt. Was soll ich denn machen? Oh, hier ist einer. Du, das bringt doch Nächse. Ich hab jetzt ein paar Ge-Stunt hier, aber ob das mal was bringt? Oh, bitte nicht. Das ist so gemein. Ist aber noch uns, oder wie? Ja, ja, wir haben die noch. Cool. Endstation, was ist das? Komm, lass mal den einen hier. Der eine muss weg, dieser Krieger, ey. Der geht mir um den Himmel, Alter. Ich hab ein Ding da. Bin gleich weg! Fuck den Typen! Ich hab'n... Danke, ne? Ich hab' noch einen... Ich musste noch einen wegkillen, hier. Ja, gerne. Geht, z! Ich hab' jetzt einen von gegnerischen Teamkontrollierten. Ich drehe vollkommen durch, Alter. Ich drehe durch. Ich drehe durch! Boah, Alter, ich bin fast im Arsch, ne? Ich mein, es geht noch, aber... Du weißt ja... Was sagst du? Du bist ja am... ... ... ... ... ... ... ... ... ... zu einer Loche? Ne. Jetzt... Jetzt... ...drehe ich dich zu einer Lohe. Ich bin noch keinmal gestorben, ne? Echt? Echt? Ja, doch! Äh... Oh! Ey, bist du ein Aschi, Alter! Ey, voll der Peller! Futsi da, ey! Die Bierdosen klückern im Hintergrund! Essen schimmelt auf Tellern! Entschuldigung! Da krieg ich den Löffel. Haste mal den Kacke einmal umgeleert, da neben dir? Haste mal den Kacke einmal umgeleert, da neben dir? Bestimmt nicht, ne? Der duftet da immer noch so, was ich hinne. Alter, was ist... Oh, es ist gut, es ist gut, es tut weh! Oh, wow! Ey, krieg immer noch nicht diese beknackte Flasche, ne? Welche Flasche? Ja, von dieser verfickten Quest hier Wieso klinke ich? Ach, ne Kiste hab ich bekommen Ja, hab ich auch, ist eh nur scheiße drin Aber jetzt mal im Ernst, ey, krieg diese Flasche nicht Lass mal zu den anderen Dingern, das ist ja auch geknackt hier, ey Ich sag doch, das ist verpackt Aber ich hab die Quest ja schon mal gemacht Ach, wer ist, ich... Okay, wollen wir weiter? Ja, muss uns noch andere Dinge hier, ne, das sind so, wir sind so unbenommen Ähm... 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 Ich kann hier gar nichts aufnehmen aus irgendeinem Grund Merken, das stimmt hier nicht Doch jetzt hab ich den Splitter, komischerweise, jetzt aber erst Kannst du ihn wegklopfen? Wen? Achso! Okay Kannst du ihn nicht klopfen? Nee, geht nur, nicht bei jedem Das zählt auch nicht, wenn du irgendwas aufnimmst Boah, das nervt mich, diese blöden Katze Ey, die sind ja 110 hier, was ist das denn? Was ist das denn? Muss man die wegbrökeln, oder? Ah, die sind in PvP Ich dachte, das sind Spieler! Jaa Oh, jetzt siehst Ohohohohoho, wir sind auch noch, ne? Ohohohoho, drei Minuten Weißt du, wenn die uns schlagen, dann sind wir um Hast du aufgenommen? Ey, ich krieg das nicht aufgenommen Was ist hier so krank, ey Röstgegenstand Die Flasche musst du bei dem Händler kaufen Fühlt ihr die Veränderung in der Luft? Ja Ja, warum liegt die denn da, diese verpiste Scheiße? Seid ihr verknackt, ihr Blizzardpimmel? Du hast gesagt, du hast dich verschwungen gemacht Jaa Komm weiter Schreck mich auf, Mann Jetzt spring mal runter, ja? Jaaaaaaa Oooooooooooo Was gut? Komm, ich fast wegsteig, diedings so Wir sind so Rupsie, bummsie war ich fast weg, ne? Ich bin mir knackt, ne? Irgendwer die ganze Zeit an dem Scheiß da Und diechseh, äh, 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 fuck, geht ja gar nicht mehr Boah nervt das mit diesem Pass hat Das hätt ich nicht machen sollen deswegen ist auch das ganze addon schlecht eigentlich wegen diesem wasser das regt mich auf das hätten sie nicht machen dürfen wir siehst du wie willst du die scheiße aufnehmen hier kann ich ja habe ich noch hast es nicht ich hab's doch ich hab's doch gerade aufgenommen man muss mich aggressiv hier ist noch eine quest um ist das oben irgendwo oder ich denke mal das oben ok wo zünn jetzt hin kann man da runter das sieht aus nein das ist doch hier um wirst du die quest aufnehmen oder ja ach ich glaube ich weiß dass das ist ich hab die quest auch schon und die können abpuckeln oh schnell abpuckeln nein nein noch nicht noch nicht warte weil die quest gehört ja die abpuckeln der ist doch schon tot ach schau ja ich kenne die quest die habe ich auch schon gemacht ja cool schön warte warte ich habe die quest noch nicht nötig jetzt werde ich sie aufnehmen m schenken ich weiß nicht und später und die buchsten zu suchen das machst du immer und dann wunderst du dich das passt das Prozent warte er wird ihn wirklich büten ich schlug kann nicht Warum lootest du nicht? Ach, diese andere Person hier, die muss auch noch mit looten. Der hat gelootet. Ich hab noch nicht gelootet. Weil ich dachte, der klopft jetzt hier weg. So bin ich, siehste? Sehr lüblich. So, jetzt loot er nicht. Ich werde auch mit looten tun. Oh, hier, den kann man auch noch. Oh, schnell. Oh, ich loote, dann kommt die nächste. Äh, hallo. Sag mal, wo ist der dagegen gelaufen hier? Pfff. Ich hab mich wankeram. Ey, da war der Kaiser, kümmere mal. Ja, komm. Ich lütte sofort. Siehst du? Ops. Der hat mich runtergeschubst. Und ich bin tot. Boah. Jetzt habt ihr jetzt. Ja, der hat mich. Pff. Das ist ja ein Packer. Sag ich mal so, ne? Boah, wo ist denn meine Leiche? 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 Alter, zwei, zwanzig Kilometer zu Fuß. 22. Nein. Ach, scheiße. Jetzt kann ich... Pustet der mich runter, ey? Was ist denn meine Leiche? Was ist das denn? Das ist meine Leiche. Scheiße, ich muss doch nicht runter jetzt zu meiner Leiche. Ich bin ja doch. Du bist ja auch da gestorben. Das ist doch... Oh. Das ist Schwachsinn, nicht? Ich würde ja gerne hier das Erz nehmen. Wie soll ich denn hier wegkommen? Mhm. Boah, wie kommt der noch vor? Na, wie sieht's aus? Katze, jagt mich. Und so klopp ich mich hier. Ich blute. Ich... Wirklich? Ich blute. Ich blute. Hm. Da. Ja. Mit demützigen, ne? Jetzt muss ich was essen. Das ist fertig, ne? Ja, aber wir müssen ja trotzdem noch in die Höhle. Von daher. Ja, lass mich erst mal futtern und reparieren. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Parieren. Und? Bist du drin? Ja, ich hab angeklickt zumindest. Hab ich auch. Oh, Leute. Oh, schon wieder die Violette hier. Weißt du noch was da für ein Albtraum letztes war? Äh, äh. Etwas sehr Albtraumhaft. Echt? Ne, da waren wir mit den Jägern hier drin. Äh. Shit. Die muss man, glaub ich, nicht eingreifen. Ne, eigentlich nicht. Hab ich auch noch trotzdem. Ne. Man kriegt ja gar nichts dafür. Was für Scheiße. Ja. Wo machen wir den Quatschern? Weiß ich nicht. Nur so. Versuch. Willst du den Tisch? Ja, mag ich gerne. Nur mit dem Typen da nach oben. Oh shit. Direkt neben mir. Ja, wo ist er denn? Hier oben! Na, ich meine den. Ja, der steht direkt vor dem Ding da. Er kämpft da schon. Ja, wir machen hier schon Sachen. Wir machen hier schon Sachen. Alter, was ist mit dir los? Ja, wir machen hier, was ist mit mir. in wenn er konnte schon erlässt werden wir noch nicht mehr verliehen und zu guter Liede tropieren mit dem zu sollen und nichts zu sehen der Unterbrüch, Loder, in der Hölle... oh! Womit? Habe ich schon, damit einfach auf die Frise treten. Hm... Weißt du noch, wie man früher nicht über diese Berüstung springen konnte? Wo man immer alle runterlatschen musste? Ja. Ja. Ich glaube, zwei sind dann noch, ne? Jetzt nicht. Wenn der Boss kommt, kann man ja diese Hebel da wieder betätigen. Die Kristalle. Mhm. Weißt du, die du letztens alle auch gebraucht hast? Mhm. Mhm. Na und? Man muss es ausprobieren. Wenn mir keiner was sagt, dann... echt. Naja, später hat er ja schon was gesagt, so wie... Hey, unser Junge, Digga. Hat er was gesagt? Wieso eher ich? Letztens. Ja, das war zu spät, aber... Oder? Nein! Nein! Was? Nein Ich habe kein Ziel Sacrableu Das kriege ich ganz schön irgendwie Schaden oder so Oder sonst doch weißt du Da muss ich dir immer vertellen, ey was tschüss Tschüss Codoba hui Jetzt kommt der Bot So soll ich jetzt? Nein, er ist wenn er draußen ist, das kriegt er die Blitze nicht ab Den Sackwagen Ich habe mich gerade ein bisschen am Strand entspannt als mich plötzlich ein unheilvolles Grau Was? Ja, ja, ich sagte dann ja Oh, geht schon los Ja 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 Hast du? Hm Aber letzten zwei waren der nicht da Nein, der sind ja auch andere, ich glaube man muss diese Raketen-Dinger da kaputt machen Echt? Ja, da muss der Range machen, ne? Der schmeißt irgendwelche Hühnchen und so Ja, oh Quatsch, schmeiß Hühnchen Boah, alter, nervt nicht, ey � Hahaha Wah! Unräunt — Die Stimme, ey Diese Stimme, ey nein Schw tah Oh Gott, ey Du stehst auch freiwillig, der Trommelwechsel kaputt Jetzt rückt du auch freiwillig, der Trommel fällt kaputt damals Ne Nein Wurde Frisch, Alter Ja, das... äh, guck dir genau, was klingt denn sich? Hm Was ist jetzt? Oh, wow Ja, ist der Hieronymus Manersturm? Millifizient Manersturm Millifizient Manersturm Nee, ihr meinte die Ahnung... Oh, schon fertig? Hm Danke auch! Ihr habt keine Ahnung, was ihr heute auf Anno losgelassen habt Er muss sie... Ja, so ne Minikiste, siehs ja komm, das Ding Was, das siehts alles? Ja, das... Ja, so ne Minikiste, siehs ja komm das Ding Was, das siehts alles? Geht ja noch weiter Du kennst das doch, kurze Pause zum Auffrischen und dann... Nee, wegen der Kiste Ach so, ja Wieso hab ich nichts bekommen? Ey, Kaiser Ernsthaft jetzt, ja Ja Seit Legion ist es ja nicht mehr sicher, dass man auch irgendeinen Gegenstand bekommt Ich fühl das Ding im Gericht Ich fühl das Ding im Gericht Die, extrem Ya huu Ich will jetzt da oben hunde Hh-h-h Mh-hm Mh Autsch! Der Lappen von Tanke, soll man hier die Akku ziehen? Ja, das ist richtig. Ich meine was? Erlauben es uns. Ich wusste nicht was ich sagen wollte, wenn wir meinen Satz beim Ausspringen beginnen. Hauptsache was sagen. Ich muss näher ran. Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Boah, und an einer falschen Stelle hier. Fuck you! Ah, wieso gehen wir runter da oben? Das ist zu weit entstanden. Das ist zu weit entstanden. Ich muss zuerst etwas anbieten. Ne? Jo! Oh! Scheiße! Gott, stirb! Wir haben ja eine Ewigkeit hier. Hm. Gehen wir uns hinten. Ist das? Nächster Boss. Ne, mein Trupus, ne. Ein Trupus, ne. Wie viele Bosse gibt's hier? 3, ne? Ja. Das wird so eine Teufel tun. groß dies kommt er passiert die sind wohl in den Bietern soll ich jetzt stehen betätigen Mh... Jetzt. Ja. Der ist richtig neb. Der macht schnell so ne Scheiße immer, ne? Mh. Mh. Ewige Filzinn ist, muss der Range move. Okay. Scheiße, Brot. Ne? Wolltest. Verängstigt. Mhm. Oh. Wenn die Dinger machen Scham, muss man natürlich auch passen, ne? Mhm. 167.000 jetzt. Mhm. Ja. Kein Ängsticht. So, halt eben nicht. Lalalalalala. Oh. Okay. Schon wieder mit Gold. Ja. Ja, bitte. Mhm. Ein Beinchen. Wieso geht die Kiste nicht hoch? Wieso? Du hast nur ungelootet, die ist noch vom Boss davor. Ach so. Das ist so gierig, ne? Ja, ich frag mich, wieso stehst du da so nah an der Kiste? Ich steh nur, weil das ist standardmäßig das... Das stimmt ausprobiert. Ne, ich hab's gar nicht ausprobiert. Da hab ich einen Videobeweis für, ja? Naja, ich guck mir das an. Ja. Wie immer. Das war als Standard, dass man da immer steht und guckt, wo die Portal als Nesse aufgeht. Früher gab's diesen Typen nicht, der da hinfliegt. Mhm. Wieso? Du kennst sie doch! Ne, muss ich dir da klären. Wieso soll ich mich ständig von irgendwas hüten? Wegen dieser überknackten Teufelsenergie. Zu blöd ist irgendwie. Ja, wie soll ich denn dann angreifen, wenn er ständig irgendwas macht? Wenn ich mich hinstelle, steh. Bütet euch. Bütet euch. Bütet euch. αι. Da ist noch einer. Mhm. Den hab ich nicht gesehen. Die Gitter sieht auch auf dem Gesicht. Hm... Warum... Okay. Was ist das? Hm? Was ist das? Ich hab' nicht gesehen, dass da noch ein Ding steht. Was ist das? Was ist das jetzt? Post? Nee. Was? Nicht. Alles in bester Ordnung. Das freut mich. Ich glaub zwei kommen ist noch und dann der Bob. Oh Scheiße. Denk ist runtergefallen. Und ne, das sind noch andere. Scheiße. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja. Bitte. Ich geh jetzt. Aber mich wundert wirklich, wieso ich wenig Schaden machen. Tja. Also. Wundert nicht. Schon komisch. Die Gefangenen sind enttäuschend. Wenn sie euch nicht mitzwingen. Wenn sie euch nicht mitzwingen. Ist das jetzt der Boss? Äh. Denk mir nicht. Ja. 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 Das ist auch auf kann ich hier gar nicht kicken hier. Wo mein King kickt man denn? Oh, kickst du nie oder warum kommst du hier? Ich hab's vergessen Ja, mit hier Magie aufzehren, dieser Faust da Magst du das? Jetzt kommt der Boss Ihr entkommt nicht, ihr gehört mir Die alte Schraubel hier haben mir geile Titten angeguckt Ich steh ja nicht auf Titten Hm Nicht schon Ich weiß Die sieht schon krass aus, die hab ich auch nicht gesehen vorher Ich weiß auch nicht was die kann hier ne? Aber die hat ne scheiß Stimme, muss ich schon mal sagen Hm Er sieht schon krass aus, trotz allem ne? Hm Was? Komm ab hier Ich muss näher ran Ich muss mal hier was kaputt machen Wieso? Also die Spinnen anwalten Die Spinnen anwalten Gleich ist fertig Da hat er sich auch ein gezet Gezettt! Danke Siiiihihi Hä? Alter, ich will das. Was will du? Lederhände. Yes, yo, meins. So, raus hier. Hä? Hier wird noch angegriffen. Hm. Ich weiß nicht, ich bin gerade draus. Wir werden hier angegriffen und das ist eine Quest. Bin ich draußen, was soll ich machen? Ja, nix. Ich spucke die, die wir jetzt in der Zeit. Scheiße. Was ist denn? Der stirbt doch endlich, man. So. Scheiße. Na, wird's noch. Scheiße, das war ihre Queste. Danke, vielleicht. Danke. Danke. Geht die einfach raus, die Blöden. Katsuhi, du Kuss. Ja. Wirklich ist das. Weißt du? Wirklich, ja, diese Menschen. Geh dich doch mal kurz erfrischen. Ne? Darf ich? Ja. Ja.